Aaaaaaah! White Titty! Hallo zusammen! Leider gibt es immer noch ein paar Leute, die auf Rechtschreibung scheißen. Wir haben heute einen ganz besonderen Lehrer, der diesen Leuten einen Crashkurs verpasst. Begrüßen wir ihn zusammen! Guten Morgen, Herr Mecklemore! Alright, okay. Alright, okay. Alright, okay. Schluss mit dem Stoß. Ich guck auf meinen Mac, Comments abgecheckt und direkt den Unsinn aufgedeckt. Vieles schreibt man, wie man spricht. Unsinn aber nicht, das muss groß und mit zwei N. Oh man, so geht das nicht, egal ob Hater oder Fan. Hier schreibt jemand, ihr seid so dumm, man rennt nicht auf der Straße rum. Aber rennt bitte mit T und zwei N. Wer ist hier dumm? Oh man, weg vom Mac, ich zeig wie's geht. Mit diesem Track, damit ihr seht, kein Geschwätz hört alle her. Rechtschreibung ist gar nicht schwer. Fangen wir an mit ein paar Tricks, das geht fix und kostet nix. Wer nämlich mit Haarschreibt ist dämlich, genauso wie ziemlich und dämlich. Also seid nicht dämlich, lasst das heraus und hört endlich auf zu schwätzen. Auch du klaust, hennen die das S vom T, denn es tut beiden weh. Bei Seite geht's um die Zeit. Betonung auf T, henne weg vom D. Dieser Hater fühlt sich gerade sehr durchtrieben. Doch ich muss ihm sagen, gar nicht, wird gar nichts zusammengeschrieben. Debs, seid ihr auch in Englisch fit? He she it, es muss mit. He she it, no it's a shit. Sprecht jetzt alle mit. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Das war das ganze A, B, C. Äh, nee, du hast da was vergessen, Mac. Wie bitte? Setzen. Sex! Meckle-Moller hat euch Kommentare zu schreiben, denn so wie es ist, kann es leider nicht bleiben. Egal ob ein Fan oder übelster Hater, achte auf Rechtschreibung und mach keine Fehler. Meckle-Moller hat euch Kommentare zu schreiben, denn so wie es ist, kann es leider nicht bleiben. Egal ob ein Fan oder übelster Hater, achte auf Rechtschreibung und mach keine Fehler. Yeah, Grammatik ist cool, bitch, aber bitte mit CH, bitch Und Scherz mit SCH, alles andere ist ein Witz Oh, was lese ich da? Definiertev? Definiertev ist kein Wort, der Niveau ist keine Handcreme Und der Dativ, dem Genitiv sein Tod, dein Akkusativ, kann ja alle gehen? Nein, sowas ist nie der Fall, also immer ganz genau hinsehen Benutze den richtigen Fall, Grammatik und Rechtschreibung sind ne nervige Erfindung Aber sie zu benutzen lässt es gut aussehen und andere dumm Yeah, look at me, ich seh aus wie ein Genie Frank, was ist schon wieder los? Ich muss ganz dringend pipi Okay, aber für alle anderen hab ich noch ein paar type Tipps auf Lager Frank, das ist kein Klo, Mann, was soll dieses Theater? Eximul, lehrt euch Kommentare zu schreiben, denn so wie es ist, kann es leider nicht bleiben Egal ob ein Fan oder übelst war ein Hater, achte auf Rechtschreibung und mach keine Fehler Wir haben uns gedacht, wir lassen heute mal die Affenbanne auf White Titty los Okay, was sollen wir als nächstes parolieren? Schreibt's in die Kommentare Weiter geht's dann entweder mit unserer, äh, mit unserem letzten Video Oder wenn ihr noch mehr von der Affenbanne sehen wollt, dann klickt ihr hier Die haben wieder geile Videos am Start und wir sehen uns wie immer nächsten Freitittittag ... ... ... ... ... ... ...